Waschbecken 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 wird bestimmt einfach Waschbecken wird bestimmt einfach Waschbecken wird bestimmt einfach Linda Haares Auch Gruppen wenigstens zurücknehmen Und Gruppen Wer will Thermometer haben Ne ne Ich hab eins Sarah Ich hab Thermometer und EMF Wenn du sagst dann kannst du's nehmen Thermometer hab ich Wir finden noch eher als erstes den Raum Denkt an Cop Cameras EMF nehm ich Junge So ein Feuerball Go 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 So wer ist heute alles gestorbt Schein zweimal ich ein Das war's ne Ich glaube ja Macht mich traurig durchgestorbt Das war's ja Mich macht's froh Ja das macht den Jakob froh Ja das macht den Jakob froh Und den Jakob froh 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 Wir gehen auf Risiko Also ich war hier ja noch nie auf dieser Map Also vorher Bis auf heute Deswegen keine Ahnung wo hier was ist Geht mir genauso Ähm Schein Komm mal kurz zu mir Ich glaub du hast dir was fallen lassen Ich glaub du hast da was fallen lassen Schein Guck mal Da Da Oh Oh ja Schlägt mal geil Jo Jo Darfst du die Seife fallen lassen in der Dusche um Und hier liegt noch eine Jo Und noch eine Alter Und Ey in jedem liegt ne Seife Jo geil Das stimmt doch gar nicht Nicht in dieser Manche waren halt unbeliebt Ah die Da hat sogar das Seifebücken nichts gebracht Was ist denn hier hinten noch Ist das der Ausgang? Ich weiß es nicht ich glaub da geht's weiter Okay Okay Zellen Alles klar Ich weiß nicht ob jede Zelle Wir haben den Raum gefunden Alles klar Ich weiß nicht ob jede Zelle für links zählt Wo? Oben Treppe oben Hier waren's gerade fünf Irgendwie ist es heute immer da Irgendwie ist es heute immer da Ja der immer da Aber jetzt sind wir nur noch Jetzt ist es hier 90 Grad Jedenfalls gerade fünf Könnt sein viel Alarm Vielleicht ist das auch der Raum unter uns Dann müsste es bei euch unten sein Äh wo ungefähr seid ihr? Sollt ihr dann gegangen? Also direkt bei Wenn die Treppe wieder hoch geht Also wo man die Treppe hoch geht Also wo man die Treppe hoch geht Quasi da bin ich Okay Da brauchst du noch keiner da Keiner da Okay ähm Schein genau Genau guck doch mal hier Kai wo bist du? Äh ich bin weiter gelaufen Zu den nächsten Duschen Ja du kommst gleich um die Ecke Hier ist auch nichts Also unten saß jetzt nicht da Na raus Ja ich bin grad so da drunter wo das war Aber hier sieht's auch nicht so aus Also ich bin jetzt genau da drunter wo wir waren Ich weiß nicht ob du so weit laufen musst Schein Wir müssen das noch mit dem Waschbecken klären Naja Waschbecken ignoriere Wenn du irgendwann Waschbecken hörst dann ist okay Du brauchst nicht überall rein komm Das muss oben sein Wenn du irgendwann Waschbecken hörst ist gut Wenn nicht dann Ja 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 Da waren die Ja Das heißt da waren die Suchst die Streit Die Äh Gucken wir doch auch mal Also oben wird's auf jeden Fall kälter Wie schon nachts grad hier schon wieder Ne Nachts ist es kälter Aber jetzt ist es wieder 19 Grad Hier waren es grad einmal Guck mal wie er verarscht wird Obwohl Das ist weil du so ein heißer Typ bist Nur hier an der Stelle Und jetzt ist es wieder ständig 16 Grad Minus 8 Minus 11 Minus 8 Das ist hier nebenan der Raum ist? Ja ich glaube das ist der nebenan Das stimmt wenn man da hinkommt dann ist das bestimmt da Ja Ja Minus Temperaturen hast du schon kalten Ahnen Ja Hier ist der Raum Ja ja Krankenstation Hinter sein Hinter sein Also hier in der Krankenstation sind auch schon Minus 8 Ne das ist der komplette Gang hier schon wieder ne Hier hinten auch Aber hier hat er die Tür angepackt Ja Bei mir ist alles konstant 17,8 Ne hier ist bei mir 11 Minus Hier ist Minus 10 Ok naja gut dann eine Kamera komplett Und zwei vielleicht in den Raum rein Zwei hab ich dabei Einen und einen Ja aber man hat hier schon im Vorraum Atem definitiv Scheiben bleibt nicht so lange alleine Ja das steht jetzt ein riesiger Raum Ich wollt grad nochmal nachgucken ob BMF hier und was ist Ja schmeiß einfach hin Jetzt hab ich ein Foto gemacht kacke Einfach hinschmeißen genau Hast du einen von meinem Hintern gemacht Ja Wie viel Zeug hast du dabei nur die Taschenlampe? Äh ja Ok gut Weil dann können wir wieder zwei Sachen Ok Ok können wir uns den Weg merken? Ja Oh das ist ein super Weg Ja das ist ein super Weg Obwohl ist das der normale Weg hoch? Ja 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 das ist der normale Weg hoch Voll normal ey Bin ich jetzt alleine? Ja Keiner mag dich Wo ist Jakob? Tot Ich hole schon das Zeug Ich hole das Zeug Ich hole das Zeug Es bin beim Ausgang Hast du Angst Sarah? Scheinbar Scheinbar Oh Mann Sarah? Liebst du noch? Äh ich glaub sie hat kein Foto gemacht Schwach Aber ich glaub sie hat jetzt Angst Aber ich glaub sie hat jetzt Angst Direkt mal Sanity check Okay Okay du hast ein Buch Ich hab geister Boxer Buch Okay Ich nehm noch ein weiteres Buch mit Oh fuck Jetzt hantet er Wie sieht ihre Sanity aus? Oh meine sieht kacke aus Wie? Okay Okay Ähm Du hast nix mehr dabei ne? Du kannst ne Geister Box mitnehmen Und ne Infrarotaschenlampe Wär ganz gut Die rechten Die kleinen Genau Genau Und dann Ah Scheiße Salz bräuchten wir theoretisch auch Ähm Hm Dann nehm ich mal Salz mit Okay Dann mal los Haben wir nach Orbs geguckt? Nein Du? Nein Okay Ich mach das doch mal Okay Also Orbs haben wir Und Sarah Ich glaub du solltest mal ein paar Pillen ne? Ich bin Gangster Ich hab hier ein Geister event überlegt Hm? Die Tossi sieht aus wie so Mara Okay Habt ihr mich gehört? Jaja Ich bin auf dem Weg raus Hoffentlich Also Phantom Maare oder Juraj Es ist halt blöd, dass der Raum so groß ist. Soll ich schmeiß jetzt ein bisschen weiter nach hier vorne? Ja, hier vorne, jaja. Ich habe meinen schon hinten rein. Also es müsste der vordere Bereich sein, jedenfalls ist sie da aufgetaucht. Wo bist du? Zeig dich. Salz liegt aus. Wo bist du? Schreib ins Buch. Zeig dich. Schreib ins Buch. Hey, wer ist tot? Lebt ihr alle noch? Hä? Ist Jakob tot? What the fuck? Wie ist das denn passiert? Der Geist ist einfach scheinbar an mir vorbei und hat ihn gekillt. Er liegt da unten, ich bin hinter ihm gewesen. Okay, eiskalt. War halt unbeliebt, so einfach ist es. Gut, einfach weggemobbt. Fuck, wo war denn jetzt nochmal der Weg? Hier vorne. Okay, jetzt natürlich bitter. Guck du mal nach Fingerbrücken. Wo bist du? Türen und Lichtschalter und so. Schreib ins Buch. Ah, das gefällt mir gar nicht, ja. Ich komm wieder rein. Hab, glaub ich, ein Foto gemacht. Hast du ihn gesehen, ne? Ja. Direkt mal EMF bin. EMF 4. Leider nur EMF 4, aber den Geist hab ich fotografiert. Schreib ins Buch. Fingerabdrücke hast du keine gesehen, ne? Ne. Wo bist du? Wo bist du? Wie geht es dir? Nee, nee, bist du nicht, alles cool. Die erschreckt dich jetzt nur. Äh, oh. Wieder nur EMF 4. Ja. Das kacke. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal noch Sanity checken hier. Also jetzt, Problem ist, die ist schon in beiden Räumen gespawnt. Willst du allein bleiben, oder sollen wir gehen? Geht wohl, ich verliebe. Okay. Der Geist ist aber auch ganz schön aktiv, die ganze Zeit. Ja. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Da liegt er. Erstmal kippen. Oh, fuck. Schein, 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 schein. Schön entspannt. War ein Tor. Augen rechts oder links? Rechts. Ich mach zu. Der ist hier vor der Tür. Möglich. Was ein Penhain. Oh, Donuts. Weiter. Weiter. Angriff in der Toilette überstanden. Haha. Okay. Ja, der wollte auch gerade auf uns. Ja, ich glaube, der war bei uns unten, ja. Ja, ich hab den Fuß von ihm durch die Wand glitschen sehen. Ja, vor allem, ich war noch in dem Raum, als sie angefangen hat zu handen. Ich hab gerade mein zweites Kutifix geworfen und auf einmal geht's los. Aber wenn sie hinter euch her war, sehr gerne. Ich glaube, sie war enttäuscht, dass Jakob schon tot war, weil den wolltest du noch mal haben. Ich glaube, es ist auch verständlich, ne? Ja, wer so verrückt ist, der muss, der muss halt sterben. Also haben wir einen Phantom. Wie sieht die Aktivität aus? Du, das war gut, guck mal. Schein wollte zwar in den LKW rein, ist aber vorbeigelaufen. Okay, interessiert mich auch nicht mehr, ich bin drauf. Also Aktivität ist gerade bei zwei. Ich hab dir als Geschenk, hab ich dir einen Donut mitgebracht. Ist auch vier. Das ist eine Verschwendung des Klicklichtes. Ich hab überlegt. Okay, Waschbecken. Warte, EMF 5, ne? Phantom. Was? Okay, hab ich. Ja. Okay. Ist er Phantom? Ja, ja, ist Phantom. Hast du Schein? Äh, ja. Ey, klau mir mein Donut, Junge. Mein Donut. Ha, hab's genommen. In der Luft gefangen. Oh, 210, okay. Jack, I've prepared some jobs for you. Irgendeine Aufgabe war mir nicht erledigt. Ich hab eine Aufgabe, wenn man nicht erledigt. wo der Luft gefangen ist, Deine Aufgabe war mir nicht erledigt.